Kula Matata Muchachos, hier sind wir wieder, eure Losers, ich bin der Deko und wir haben ein weiteres Skinspotlight für euch. Und zwar haben wir diesmal die Ravenborn LeBlanc. Mit dabei als Assistent haben wir den Mabossa. Jawohl, Assistent Mabossa ist auch hier. Angemeldet, wir fangen an, wie immer, mit den Actions erstmal. Ravenborn LeBlanc wird 975 Realtrupe Points kosten. Wir fangen an mit dem Joke. Das du diese Scheiße hinstellen musstest, ne? Also, der Joke. Ah ne, der Taut ist das hier. Ne, der Joke, der Joke ist das. Sie fliegt, kannst du das auch? Kannst du das auch fliegen? Oh, Sigi, kann ich das. Schade. Okay, dann kommen wir zum Taut. Okay, ist ja auch dasselbe. Der Dance. Sie tanzt, äh, Tango, ne, was? Walzer? Walzer ist es, glaube ich. Bei dir auch. Und die Lache. Okay, dann kommen wir zu den Skills. Und zwar haben wir den Q. Ich denke, das ist auch genau dasselbe, aber er sieht cooler aus. Den, äh, den, äh, den, äh, den Jump. Die Lachen können befehlend sein. Zeck, so geistermäßig irgendwie. Rumgesprungt und Rauchzeug. Die Kette. Ne, miese Geisterkette. Die voll in dein Gesicht geht. Ja, die Ulti, ich weiß nicht. Das ist ja, müssen wir euch nicht zeigen, Muchachos. Die Ulti wiederholt ja von den letzten Skill, den man gerade gemacht hat. Nochmal. Oh, ne andere Farbe. Oh, ne andere Farbe. Cool. So, das waren die Skills. Ups. Ach, den kannst du auch mal zeigen, ne? Die Pässe. Genau. Zeig mir mal die Pässe. Tschu. Das Ganze geht in so einem Geisterwind auseinander, wie die anderen Skills auch alles. Dann, äh, die Backport-Animation. Deine Backport-Animation, bitte. Oh, du. Tungu Karissian. Ich denke, das ist auch ganz normal. Ne, ich flatter ein bisschen mit meinem Raben rum und meinem Ohrhang. Und jetzt können wir wieder sagen, ich hätte mich sogar aufgelöst gerade. So, ich mach das mal eben. Ah, ich hab gar keinen Trinkly Glove, geht nicht. Ich löse mich auf. LeBlanc löst sich auf, wenn sie sich wegteleportiert, hab ich gerade gesehen. Und jetzt kommt genau die Terror-Armation. Ich breche zusammen und ich bin tot. Oh, my boss. Why? Gut Schachos. Das war das Skinspotlight zu Ravenborn LeBlanc. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Reingehauen. Reingehaut. Reingehauen.